Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry 5. Ich habe mal geguckt wie viele Missionen wir noch übrig haben. Ich kann es auch euch gerade mal zeigen. Wir haben hier noch ganze zehn Missionen, hier haben wir noch ganze neun Missionen, also 19 und hier noch ganze vier Missionen, sprich richtig 23 und darum kümmern wir uns jetzt also ich wollte mir ein Auto besorgen hier und hier die wir sonst platt fahren. Das ist jetzt erst mal meine mein to do gewesen. Fahrzeug, ich will wieder meinen geilen Wagen hier, jawoll, fahren, jawoll. So, einsteigen. Hier kann man noch mal Radio aufstellen, Radio. Ne, ne. Shit. Hä? Wo ging dieses scheiß Radio aus? Auf Ü. Alter. LoL. Was war das? Äh. Das war nicht geplant. Oh, Alter. Jetzt starte ich wieder in einem Helikopter. Und so vor allem ist die Frage. Brauche ich mir hier unten das Auto und fahr da rüber, macht mehr Sinn. Jawoll. Auf County. Machen wir das so. Ja, ja, ja. Machen wir hier die Missionen und dann am Anfangsgebiet und dann gehen wir zu Jacob und dann kümmern wir uns um den Rest. So. In dem Auto. Ein bisschen unterscrollen hier. Den hier, jawoll. Auf geht's. Und wir wollen das offene Gebiet da. Ja. Wir müssen den Alarmbereitschaft machen. Ja, ja. Klappe. So. Ja, ich wünsche, man könnte immer so schnell die Scheiße reparieren während der Fahrt. Wir sind zu mir. Auch so selten. Ne, ey, ey, ey. Das kann ja lustig werden, die zu drücken. Also das letzte Mal hat mich die Mission ja schon genervt. Vor allem unser Hügelgebiet. naja, musst du so bisonstreffen und alles haben wir auch hier schon mal so ein halbwegs geländefähigiges auto Werkzeuge davon stelle ich mal genug her hat mir doch noch nicht das angezeigt was ich will das ist noch kein bison was steht dahinter ich höre das geräusch aber ich sehe nicht überall immer die pfeile vögel menschen da ist auch noch ein gebet alter alter so das ist immer wieder zurück ich muss hier einen kurzen cut machen mein headset es hat extremes rauschen geräusch gemacht ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum ich weiß nicht der nicht was das für ein sound pack war aber er ging halt kurz weg nachdem ich aus dem spiel rausgetackt bin wieder rein da steht ein bison da haben wir den ersten auch schon oder das zunächst hat steht wieder auf er hat noch nicht genug alter der will vor uns abhauen da war noch ein bison da sind sogar zwei der eine steht nicht auf ich will ihn aber direkt hier erledigen das ok bevor ich nicht nicht wieder finde schnell witzig verarschen ich habe den da überfahren so jawohl der hat gezählt was denn mit da ist er auf der jagd nach gewissern ey ich weiß es nicht oh alter da hab ich eingeschäppert was shit der lebt noch das hat UNG das steht nicht mehr auf jawohl bringen das vielleicht zu chat ja das machen wir doch mal gerade alter schwede das war eine bison jagd damals sind die hinter den hergerangt mit speer und hast nicht gesehen oder mit gewehren und wir einfach mit dem auto bams rein da so da schon wieder kack musik man so genau das meine ich nichts schmeckt besser als ehrliches essen oh mein gott jetzt können sich die whiteheads wieder satt essen ein guter samariter und nichts anderes ich sag dir was siehst du den wagen da drüben ist gerade frisch rabiert er gehört dir welcher wagen 2004 dritte märz sind okay gut markierung entfernen missionen die wir noch erledigen müssen reichel hat das auf der ss suche ich weiß nicht ich glaube aber nicht dass die zu allen missionen gehören oder weil das hier acht klatschen nächsten ist aber noch hier tatsächlich die wird gehen wir zu kurz dahin weil da wird wahrscheinlich eher ein fahrzeug stehen als da wo wir sind weil da habe ich das nicht gesehen auch immer das stand als es überhaupt da irgendwo stand weiter geht's hier wenn wir die missionen finden dann lassen das weiter damit geballert warum leute dauer im gehst dran mein gott die sind alle hier ein bisschen geistig ja jetzt kommt hier wieder diese unglaubliche musik die man nicht die wahrscheinlich immer geschützt ist interessiert uns nicht guten flug was mein gott rase ich die kontrollpunkte wingsuit alter Oh Gott Oh, Alter Ja Ah Bisher Wenn er einen Baum trifft, ist er Geschichte Ich sag bloß Oder einen Felsen Shit, shit, shit Wow, Alter Ich sag bloß Oh Gott Der kleinste Fehler wäre tödlich Ja, ja, ich weiß Brauchst mir nicht alles sagen Er ist unter dieser Brücke hindurch Ins Ziel dieses tödlichen Tritts Ja, oh, wir haben es geschafft Alter First Try Sehr geil Sehr schön Okay Äh Sherry Woodhouse Reportieren wir uns da hin Und Ja, komm Falls wir da irgendwas machen müssen Ist der Helikopter am sinnvollsten Dass wir schnell woanders hinfliegen Oder hast du nicht gesehen Von daher Ah Ich kaufe einen Helikopter Den rollen Auf geht's Und einsteigen hier Da müssen wir hin Da wartet die Mission Eine Mission auf uns Da unten auch schon Ah Landen wir mal im Hof Ich könnte ja wieder was lesen Einen entdeckt Aber ich habe noch schon alle Aha Ich habe wohl das beste Zeug gemacht Das ich je getrunken habe McHellen 57 Aber sie gingen bankrott Und es ist alles weg Aber Ich habe das Tagebuch Meines Urgroßvaters gefunden Und darin steht Dass der Whisky Überall im County Unter Wasser reift Einige Fässer wurden nie gefunden Die suche ich schon seit Jahren Ich zahle dir einen Finderlohn Wenn du mir alle bringst Ich bin ziemlich sicher Dass ein Fass im See da hinten ist Da ist eine Markierung Östlich von hier Ich sammle die Whiskyfässer im See Pilz Und mich Verarschen Ist ja nicht eine markiert hier Doch da oder Oh alter Wirklich Okay Wisst ihr was Mal kurz schnell so ist So Far Cry 5 Karte Mit Whiskyfässern So Fangen wir mit der hier an So Ähm Ich brauche diesmal ein Boot Tatsächlich Ähm Nehmen wir ein Jet Ski oder Komm Ich habe die Farbe So Da Toll Ähm Ja ich weiß Da längst wird eins Hier ist eins Sind die wirklich unter Wasser Sind die wirklich unter Wasser Da Ich dachte nicht man muss erst Das eine haben Ja doch Man muss erst das eine holen Wo schon eins ist Damit man sich die anderen sammeln kann Das ist doch bescheuert Gut Gucken wir uns halt das erst an Full Speed Wim Okay Oh Ein paar Sachen Jetzt müssen wir noch die restlichen Fürze finden Ja Okay, dann war ich einfach wahrscheinlich gerade nur zu dumm Oh Gott Aber so viele, ey Wow Irgendwie hat mich das gerade total verwirrt Weil es immer irgendwie woanders angezeigt hat Und nicht direkt unter mir So Da war der Felsen Sprich da unten müsste es sein Ach da So 2 von 15 So Das nächste ist da Wie man jetzt das Jetski schnell Oder der Jetski Hinset zu den neuen Booten Oder so Jawohl Jawohl muss ich nur finden shit ja los tauch auf Junge da steht es da haben wir das auch und auf zum nächsten ja dann entdecken wir mal gleich mal einen Ort Vollspeed ganz viele Blitzsachen sind hier auch 4 von 15 sehr schön das nächste wird da sein ja jetzt ist halt die Felder nicht extrem lange suchen wir machen das einfach mal mit der Unlenkarte die ich dembei auf habe und fertig sollte ja noch in Ordnung sein hier irgendwo am Schiff wahrscheinlich wahrscheinlich hier ja da irgendwo sein ich muss von da oben rein tauchen doch muss ich shit ja ich will das guasche schon so und runter da was nicht alles für Whisky tut ne so Zweifässer sollten wir noch schaffen in dieser Folge da geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wo bin ich denn genau gerade? Hier sollte es irgendwo sein, vielleicht mehr in diese Richtung noch. Komisch. Komisch. Ich gucke auf der Karte richtig. Ja. Hier sollte das sein. Ich sehe hier nicht anlehnt irgendwas. Ach, come on, das ist so scheiße. Ernsthaft, ist das hier so eine Art Höhle oder was? Okay, why not? Okay. Aber wir sind hier bei 25 Minuten jetzt angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich damit, wenn ihr auf einer Schand bleibt. Bis dann, haut da rein.